Echt, ich hasse ihn! So, wo kommst du? Hüpf! So, der ist mir zu schnell. Ah, fuck, ey. Jetzt, so und... Gut, schön da, Gobert, dat ging ja mal. Nein! Ja! Ja, 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 komm, jetzt nicht mehr viele Treffer. Oh Gott, oh Gott, springen! Gut. Wir warten einfach. Wir warten einfach. Springen. Ja, 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 ich bleib jetzt ganz locker. Springen, wenn du jetzt noch einmal da kommst, dann schreie ich. Ah. Was? Ey, was? Was? Und? Oh mein Gott, geschafft, 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 geschafft! Lu, 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 und jetzt versink ich im Sand. Nein. Äh, und ta-ta-da, das Schwert des Ramos ist meins. Oder was auch immer das für ein Schwert sein mag. Bap! Oh Gott, 2.351.000 Gold. Oder Geld, oder, äh, Duck, Tala. Tala, genau, Tala hat nie immer. So, 3 Millionen. Und? Verdammt. Scheiße. Aber wir können uns jetzt ganz viel Leben kaufen. Ne, nicht ganz viele, aber halt so viele, wie wir gerade brauchen. Und ich muss auf jeden Fall 500.000 übrig haben. Ist es das, was du suchst? Jep. So, und gleich nochmal. Jep. Und noch einen können wir kaufen? Ja, einen können wir noch. Also ist das, was du suchst? Äh, jep. Und nun, äh, noch ein Continue Globe, oder? Ähm, das ist jetzt die Frage. Ach, komm, wir spielen auf Risikobereitschaft. Los geht's! Das sind die... Achso, ich hatte ja doch alles richtig. Habe ich irgendwas gesagt? Scheiße. So, hier haben wir keinen Karten. Seid ruhig. Seid ruhig. Wer jetzt immer wieder Kommentare schreibt von mir. Get noob. Noob, kack, noob, boon. Äh, spoiler. Äh, wird erschossen. Auf Befehl von mir. So. Äh, gehen wir nochmal nach Mulung und holen die Karten... Die, die Karten teil. Es wird gesagt. Dank to Ari, bla. So. Ja, mit dir rede ich schon mal gar nicht mehr. Weil, pass mal auf, der Fehler. Hier, Onkel Dagobert redet auf einmal. Ja, die Kartenberg, bla bla bla. Ja, ja. Cooles Spiel, ne? Voll ohne Fehler. Bam. Na, fuck. Bam. Na, bam. Ey, warum klappt das nicht? Bam, bam. Geht doch. Hehe. So. Weg damit. Weg damit. Und weg damit. Meine Ahle voll viel Geld hier. Neu bring ich mit nach Hause. Wow. Krass. So, dumme Statue. Stehst du ein wenig zu weg. Welchen habe ich genommen? Den. Genau. Plopp. Und dann kam ich so ran. So. Eins. Ne. Jetzt. Ne. Da. 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 Verdammt. 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 Ah ja, den hier. Hab ich dumm manchmal. So. Kann ich hier runterfallen? Ne. Toll. Weil da wäre die Schatzkarte. 100 pro. Oh, Mr. Gyro Twister. Mr. Gyro. Nimm diesen Poweradaptor Onkel Scoots. Haha. Jetzt wird dir helfen. Ganz schwere Sachen. Äh. Die du nicht vorher. Machen konntest. Was? Im Ernst? Moment. Moment. Uh. Uh. Über Power. Äh. Moment. Ne. Ne. Ich bin nicht so doof. Wie ich aussehe. Manchmal. Die Pflanze hinter mir macht mir Angst. Gut. So. Alle. Meins. Warum ist er weg? Warum ist er abgehauen? Und. Verdammt. Äh. Hä? Okay. Äh. Steck ich jetzt hier fest? Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Wenn ich jetzt hier runterfalle, bin ich tot, oder? Ich speichere. Es ist so eine Scheißwelt. Das ist eine Scheiß... Ne. Ich hab gespeichert. So. Fertig ist. Hä? 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 Soll ich das riechen, oder was? Was war das denn? Komm, wenn ich jetzt... Oh Gott, noch ein Leben. Und wenn ich jetzt... Verdammt. Moment. So. Schön. Ich hab nicht gehuset. Nein. Das war ein... Hustvogel in meinem Raum. Der hat so laut gezwitschert. Das klingt dann wie Husten. So. Hopp. Und hepp. Und... Oh Gott. Oh Gott. Warten, warten, warten. Jetzt... Halt rot. Aber was war das denn? So. Hihihi. Weg damit. Weg damit. Sehr schön. Und zack. Und zack. Na, das kam schon. Jetzt haben wir bitte das Kartenteil. Nein. Fuck. Was soll das denn? Warum... Warum war da jetzt kein... Güte! Shit the fuck off! Was? Aha. Gut. Meins. Weg mit dir. So. Ei, ei, ei. Hier haben wir jetzt schon wieder viel Geld. Uh, 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 uh. Ulalaka, bulaka. Äh. Das ist ein Schein. Ach so. Ha. Hier. Die beiden roten. Da müssen die Kack-Sachen rein. Jetzt kapier ich's. Danke. Also in das zweite und das dritte. Höhöhöh. Ich hab das Rätsel verstanden. Jetzt endlich. Ja. Doch mal nach Jahren. Doch. So. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Und hüpfen. Zack. Ja. Zack. Hier unten gab's doch irgendwas. Oder? Nee, ich hatte doch recht. So. Kleine blöde Pflanze, die mich nicht schnappen kann. Zack. So. 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 Bam. Da oben nochmal das. Ich krieg hier alles. Mir wird so nass. Wow. Das war knapp. Und du. Nein, ich will nicht. Nee. Ich drück B. 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 B, 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 B. Danke. Nee. Und spring weg. Gut. In das zweite und das dritte. Also machen wir erstmal das hier. So. Klar. Ansonsten fällt das ja in das erste und dann wäre es ja dumm. Also. So. Und. Wow. Wow. Was? 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 Was ist nur kaputt? Huh? Die Ente wurde größer. Oh mein Gott. Das Wasser ist weg. Uh. Aber jetzt kein Wort. Nein, ich will mal nur nie. Nein, gewählt. Stinkst. Oh, Enkelkacke. Und zack. Und oh, mein kleines Juwelchen ist meins. Ja, das habe ich auch schon gesagt. Mein Juwel ist meins. Also. Hm. Naja. Egal. Jetzt kommen wir hier nach unten. Muzakaka. Wukaka. Wache, ob man das heißen mag. Wukakaka ist aber. Wie bitte? Du Schatztruhen. Äh. Erstmal die hier. Das. Noch ein Leben. Natürlich. Fünf Leben. Verdammte Kacke. Ein Zauberstab. Was? Du findest eine geheime Schatztruhe. Wow. Verdammt. Gibt es echt in jeder Welt eine Schatztruhe? Kacke. Ähm. So. Bin ich ja mal gespannt, wie ich hier schlauerdings durchkomme. Hm. Hier kann ich das auch nicht nach oben. Hm. Muss ich so kaputt? Hm. Muss ich so machen. Okay. Hm. Moment, Moment, Moment. Ich muss meine rechnerischen Fähigkeiten einsetzen. Ich hab keine Ahnung. Hahaha. Scheiße. Hä? Wie soll ich da... Ach so. Ja, na klar. Ja. Logisch. Ich... Ich... Dummbratz. Weg da... Was? Wie auch immer das jetzt geschehen ist. Aber okay. Zack. Ähm. Ja. Komm. Zack. Zack. Ähm. Komm. Zack. 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 Gut. Weg. 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 Oh. Können wir... Kommen wir so durch rüber überhaupt? Ja, Tatsache. Das ist ja schön. Gut. Schön. Tago. Schön. Bert. So. Und jetzt... Äh. Ja. So. Und jetzt gehen wir den... Nicht nach oben. Gut. Ähm. Hm. Jetzt wird's äh... Etwas tricky. Tricky M. Äh. Zumindest sieht das etwas tricky aus. Aber... Ne. Ist es nicht. Das tut nur so das Spiel gerade. Und das ist eigentlich total einfach. Weil ich muss jetzt nur schlau sein. Und... Oh mein Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Äh. Ich hatte gerade nicht das, wonach es geht. Klang. Nein. Es war einfach nur ein euphorischer Ausbruch meinerseits. Wahnsinn. Jetzt haben wir das Kartenteil und die geheime Schatztruhe und sind wunderhübsch und retten Afrika und haben einen schlanken Fuß. Klasse, klasse, klasse. So. Und... Noch mehr Geld. Du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du. Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Nein, nein. Nix. Gut. Geben wir mal den oberen Weg jetzt. Mal gucken, was uns hier erwartet. Zack. Ja. noch mehr Geld, es war so klar, ich würde mal sagen, wunderbar, so weg, weg, lange Weile, weg, weg, das dauert ja nicht lang, verdammt, so, 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 und so, und wieder die langen, komm, oh, so können wir das auch mal machen, zack, aber bringt nix, gut, puff, daddy, ähm, Witze werden auch immer besser, ne, äh, huss, so, nach oben geht's, Onkel Dagobert, jetzt strengen wir uns mal an, bisher sieht's ganz gut aus, was wir hier so liefern, und hüpf, und auf die Krabber, hm, meins, hoppala, meine Fresse, ähm, gehen wir den unteren Weg diesmal, der ist schöner, so, danke, hm, hm, hier gab es nix im Schuh, nein, nach oben wieder, und schon der Endgegner, na, klasse, ich hasse ihn, ich hab fünf Leben, ich werde nicht mehr drei wieder ver- what? Geil Ich bin der Beste, ich bin der Beste, ich bin der Beste, hm, schön, so muss es aussehen, klasse, jetzt nur, Graf Dracula, und dann ist das Spiel auch wunderbar, hm, oh, was? Joa, kaufen wir uns mal, äh, hmm, Continue Club haben wir, holen wir uns noch mehr Leben, holen wir uns noch mehr Leben, das wird dir geben, 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 leben, ich suche du das, ja, und noch eins, das geben Leben, Du suchen das? Ja, geben her, danke, und hausse rein, so, schön, äh, verdammt, wo kriege ich die anderen Kartenteile her, das sieht scheiße aus, hm, gut, jetzt müssen wir, wir haben ja jetzt nur noch Schottland, 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 wunderbar, Dann in der nächsten Folge meine kleinen Engelelfen und Zwerge Schottland. Pank Royal, over and out.